Gestern war wettertechnisch von Augsburg bis zum Alpenraum wieder einiges geboten. Wenn ihr es noch nicht habt, wie immer unten das Abonnieren-Ding drucken, dann verpasst ihr in nächsten Wochen noch nichts. Losgegangen ist aber erstmal mit einem schönen Nachtgewitter hier bei Landsberg. Am Nachmittag sind wir dann Richtung Weilheim gefahren. Hier sieht man jetzt noch die Berge recht schön, aber weiter südlich ist schon recht finster. Der Glas da Richtung Süden hat jetzt erstmal nicht so spannend ausgeschaut. Eine neue Entwicklung über Weilheim hat dann aber einen schönen Niederschlagsvorhang gemacht und auch noch einige schöne Blitze rausgehauen. Das ist ein ganzes Wichter der Die Flöcksteil der Gäste durch die Flöcksteil der Gäste ist eine Art von der Gäste der Gäste. Die Flöcksteil der Gäste hat sich nicht zu sehen, weil man die Flöcksteil der Gäste hat dann auch noch nicht. Die Flöcksteil der Gäste hat sich sehr guten Gäste zu verhalten. Aber was ich weiß, ist das in der Gäste zu verhalten? Sollte zum abschluss ist nun mal der mehrfach einschlag wie in der normale kamera gesehen hat so 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 Untertitelung des ZDF, 2020